Ich heiße Sie herzlich willkommen zur nunmehr vierten Preisverleihung der Dr. Friedrich-Jungheinrich-Stiftung. Heute würdigen wir überdurchschnittliche akademische Leistungen der sogenannten MINT-Disziplinen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technika. Jungheinrich steht als Familienunternehmen für langfristiges Denken, für eine unternehmerische Vision und für gesellschaftliches Engagement. MINT-Fächer haben eigentlich den besonderen Reiz, dass alle Studiengänge, die damit zu tun haben, viel praxisorientiert sind. Und die Studiengänge sind ganz breit gefächert am Anfang und später kann man sich auf diverse Sachen spezialisieren. Also Nachwuchsförderung ist in meinen Augen in der heutigen Zeit ein ganz wichtiges Thema, denn es gibt ja ganz viele Firmen, viele Unternehmen, die ganz großen Kummer haben, Nachwuchskräfte überhaupt zu finden. Diese Auszeichnung ist für mich etwas ganz Besonderes. Der Dr. Friedrich-Jungheinrich ist in meinen Augen ein Intralogistiker der ersten Stunde. Die Bildung ist eigentlich der Schlüssel zur Fortentwicklung unserer Gesellschaft. Die Bildung ist eigentlich der Schlüssel.